Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 63 in 74172 Neckarsulm. 26. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und endlich ging es wieder auf Naturrasen. Ja, Fußball auf dem Kunstrasen ist ja fast ein anderes Spiel. Deswegen haben wir uns gefreut, Sonne Schiene über den Pichterich zu begrüßen. Zu begrüßen hatten wir ein absolutes Schwergewicht aktuell der Oberliga, den FC Nöttingen im Jahr 2022 noch unbesiegt. Zweitbestes Rückrundenteam. Da kam was zu auf die ja immer noch Corona gebeutelten Neckarsulmer. Zahlreiche Spieler nicht im Kader. Ein paar konnten sich freitesten. Nichtsdestotrotz stark ersatzgeschwächt die Sportunion. Aber das ging ja auch schon mal gegen Göppingen gut. Da hat die SON gezeigt, dass sie auch mit dem zweiten Anzug absolut konkurrenzfähig ist. Und genau das wollten wir heute auch gegen die starken Nöttinger demonstrieren. Und es fing gut an. Hier haben wir einen weiten Ball auf Pascal Pander. In der zwölften Minute ist das. Alex Albert. Dann Mario Müller schön zurückgelegt. Und Steven Neupert zieht da ab. Und was ein Save von Andreas Dubs. Unglaubliche Rettungstag. Der Nummer eins der Lila Hemden verhindert hier. Save das 1 zu 0 für die Sportunion. Von Nöttingen war, muss man sagen, in der Offensive erstaunlich wenig zu sehen. Hier haben wir in der 31. Minute William Hears. Und dann in der Mitte ist es der Torjäger Dobros. Der aber entscheidend gestört wird von unserem Youngster, von Areldemir. Der auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Kurz darauf Freistoß aus dem Halbfeld für die Sportunion Claudio Bellanave. Dann am langen Pfosten ist es Marco Romano und Mario Müller. Aber da springt er dem Ball entgegen. Andreas Dubs, der Schlussmann der Nöttinger. Und macht auch diese Neckar-Sulmer Chance zunichtet. Dann eine ganz fiese Szene. Achtung, Lukas Schappes. Und dann, was ein böses Foul von Tolga Ulusoy. Und er ist nun weiß Gott kein Raubein. Wir wollen ihm keinen Vorwurf machen. Aber ohne Wenn und Aber, das ist eine rote Karte. Fieser Tritt in die Achillesferse. Jochen Rottner, der Referee, gab nur gelb. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz klarer Platzverweis ohne Wenn und Aber. Und dieser Tolga Ulusoy, den sehen wir nachher in einer ganz entscheidenden Szene wieder. Dabei hätte er hier ohne Wenn und Aber aus meiner Sicht vom Platz gestellt gehört. Wir sind in der 45. Minute. Nächste bittere Szene. Das ist Lukas Schappes. Toller Pass auf Claudio Bellanave. Aber ihr habt den Pfiff gehört. Treffer zählt nicht. Abseitsentscheidung. Und wir haben mal wieder ein Standbild für euch gebastelt. Und seht selbst. Ball hat Lukas Schappes verlassen. Seht, wo Bellanave ist. Da sind ja drei Nöttinger fast vor ihm. Und auch Alex Albert in der Mitte greift nicht ein. Auch das kann kein Abseits sein. Fatale Fehlentscheidung auch hier. Und da muss man einfach sagen, das war zweimal schon grob benachteiligt von Jochen Rottner. Wirklich schade für die Sportlinien, die richtig gut im Spiel waren. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns. Egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals im und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie. An mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Weiter geht's mit Halbzeit 2 und da haben wir ihn wieder am Ball. Tolga Unusoi. Ihr wisst den vom Foul gerade vorhin. Der zirkelt den Ball in die Mitte und auf einmal springt der hoch ab. Und der Ball ist drin. Und das habe ich gemeint. Tolga Unusoi eigentlich dürfte er gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Und macht hier das 1 zu 0. Bitter, bitter, bitter für die Sportunion. Und das war schon ganz ganz fieses Ding. Nichts zu machen für Lukas May. Kommt keiner mehr ran. Und dann hopft dieser Ball so unglücklich auf. Auf dem wirklich schwer bespielbaren Neckar-Sulmer-Rasen. Dass Lukas May überhaupt kein Vorwurf zu machen ist. 1 zu 0 für Nöttingen. Aus dem Kompletten nichts. Erste Chance für die Nöttinger. Und schon ist das Ding drin. Sporting ganz ganz kurz nur geschockt. Wir sind in der 65. Minute. Da kommt gleich Mario Bilger hier an den Ball. Und Lukas May zeigt sein können, wer diesen Ball wunderbar ab. Und dann allerdings nur noch die Sportunion im Drang nach vorne. Machte richtig Druck ab Minute 70. Und hatte Chancen, Chancen, Chancen. Hier haben wir Areldemir mit einem weiten Ball zunächst geklärt. Aber da kommt Claudio Bellanave an das Spielgerät. Zieht ab. Aber etwas in Rücklage. Balke drüber. Wir waren in der 70. Spielminute. Die 75. Spielminute. Gleich kommt er wieder an den Ball. Der Claudio Bellanave hat viel Dampf über rechts gemacht. Zieht in die Mitte. Und was für ein Füßchen. Was für ein Pass auf Alex Albert. Und da trudelt der Ball Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Pech für die Sportunion. Klasse Spielzug. Ausgleich wäre längst verdient. Ja, sogar eine Führung für die Sportunion. Absolut in Ordnung. Dann haben wir hier Steven Neubert. Was für ein schöner Chip auf Mario Müller. Und der kriegt aber die Kugel nicht unter Kontrolle. Mario Müller hat zum ersten Mal auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt. Hat ein richtig geiles Spiel gemacht, der Mario. Die 83. Minute. Pascal Pander setzt sich da schön durch in die Mitte. Und dann ist es Simon Kranitz, der zur Ecke klärt. Und die schauen wir uns natürlich auch gleich an. Claudio Bellanave steht da am Ball. Achtet auf den kurzen Pfosten. Da kommt Julian Grupp. Und da haben manche schon gejubelt. Aber es war nur das Außennetz. Gute Chance für Julian Grupp, der ebenfalls in der Innenverteidigung mit Marco Romano richtig stark agiert hat heute. Die 88. Spielminute. Sportunion im Gang nach vorne. Ausgleich lag in der Luft. Dann kommt wieder Mario Müller. Probiert es direkt. Aber auch hier. Nicht mit dem richtigen Zielwasser. Es sollte einfach nicht sein. Und in der Nachspielzeit der Youngster. Simon Doll beim Freistoß. Vielleicht jetzt noch einmal. Lukas May mit vorne. Aber versucht er es direkt. Der Simon Doll. Vielleicht war eine Flanke besser gewesen. Und ihr habt es gehört. Das war der Schlusspfiff. Bittere 1 zu 0 Niederlage für die Sportunion. Da war wirklich mehr drin. Aber es gibt auch positive Dinge zu resümieren. Nämlich, dass die Sportunion selbst mit dem zweiten Anzug gegen ein Top Team der Liga mithalten kann. Weiter so Jungs. Die Punkte, die kommen wieder. Ich gucke euch schon. Bis zum nächsten Mal. BR 2018 At Hebring Red comparめて dennoch relativrät. Hadi,령 gorra. David oderی ägalano, Wenn de Marketing Universum founder und Schassbappen Von Bounen möchte das Internet very kombinieren. W Teams Vielen Dank. Vielen Dank.